hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe aus meinem sporttagebuch 2019 ja es war jetzt ein bisschen still hier auf diesem projekt und es hatte auch seine gründe ziele zu haben sie zu planen und auch umsetzen zu wollen ist eine tolle dinge aber es gibt dann eben auch noch das ereignis leben oder das ereignis alltag und das definiert dann alle besten ziele und trainingspläne von neun ja aber die sachen sind jetzt soweit überwunden überstanden und wir haben uns heute mal wieder bei super schönen wetter zu einer neuen trainingseinheit eingetroffen anfangs hat es noch ein bisschen getröpfelt wo natürlich der innere schweinehund sofort protest geschlagen hat es regnet ab nach hause aufs sofa aber wir haben gesagt okay lass es regnen das stört uns nicht und darum haben wir uns heute mal ein bisschen wieder unserer technik zugwand denn unser aktuelles ziel ist ja zum einen schneller zu werden und da wissen wir müssen halt an unserer technik feilen und da einfach dass man sagt man kommt tiefer in die füße meist weiter vorne und das haben wir heute einfach mal so ein bisschen ausprobiert wir sind damit sehr 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 auch zufrieden was da gekommen ist für den heutigen tag werden jetzt da natürlich hochmotiviert weitermachen und hoffen dass jetzt keine weiteren aufgaben in nächster zeit mehr anstehen dass wir uns jetzt dann wirklich konzentriert auf unseren nächsten wettkampf vorbereiten können ja das soviel zum heutigen training schön dass du wieder vorbei hast und wenn dir das video gefallen hat dann würde ich mich natürlich über ein like freuen kanal abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten video aus meinem sport tagebuch 2019 wieder bis dahin wünsche ich dir alles liebe und gute dein robert ciao so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017